Joschua Karlsson im Interview. Josch, bist du eingewechselt worden. Wir haben die Hoffnung gehabt, dass noch das zweite Tor fallen wird. Leider das 1-1 bekommen und im Anschluss 2-1. Wie hast du das Spiel hinten gesehen? Warum haben wir heute verloren, glaubst du? Das Problem war, wir haben zwar viel gepresst, haben ein gutes Spiel gemacht, aber vorne, die letzten Pässe haben nicht gepasst, wir haben es nicht rausgespielt. Der letzte Schritt war einfach nicht da. Heute haben zum Schluss auch die Pässe nicht funktioniert, die einfachen Pässe, die Flanken sind nicht gekommen. Was war heute? Warum, glaubst du? Das kann ich schwer sagen, also ich würde es nicht auf dem Platz rausreden, aber ich weiß nicht, zu wenig kämpft, obwohl ich glaube, wir haben stark gekämpft. Sie waren spielerisch stark, aber wir sollten eigentlich das 2-1 auch schießen und das 2-1 nicht bekommen, also es ist schwer zu sagen. Es war, dass wir das Tor nicht noch gemacht haben, aber ja. Soll mal passieren können. Alles Gute, der Werthi. Danke.